Martina, herzlichen Glückwunsch. Du warst heute super, weil du eine Medaille gewonnen hast. Ja. In was für einer Disziplin bist du gestartet? Beim Skifahren. Beim Skifahren. Super. Und ist dir gut gegangen? Ja, von mir. Von meiner Seite. Ja, von ihm. Nicht? Ja, ich bin voll stolz auf dich. Ja. Ist das deine erste Medaille? Ja. Von dieser Saison ist die erste Medaille, weil die Ornamentalen habe ich schon. Ich habe so viel gemacht. So viel schon? Ich habe eh schon so viel daheim, aber von Kleidung ist das die erste Medaille. Oh, das ist ja toll. Da sind wir besonders stolz. Ja, das sind die großen Spiele. So internationale haben wir noch nicht so erfolgreich. Ja, super. Und nächstes Jahr ist dein Ziel, dass du da wieder zurück herkommst und wieder eine holst, oder? Nein, wir sehen, wenn es der richtige Zeitpunkt ist. So, so. Und wenn dann wieder in der Runde der Schmess. So mäßig. Oder es wird sich mitgefühlt. So, es muss alles passen, gell? Sonst bin ich wieder da bei euch. Hoffentlich. Ja, das- Ja, das- Ja, das- Ja, das- Ja, das- Ja, das- Ja, das-